Bevor wir mit der Auktion beginnen, heiße ich einen ganz besonderen Gast willkommen. Obi-Wan Kenobi. Jedi-Ritter. Die Jedi sind überhaupt nicht so stark. Meine Freunde, meine guten Freunde, habt keine Furcht vor den Jedi. Sie unterscheiden sich nicht von denen, die wir in die Unterwerfung gezwungen haben. Denn sie haben ihre Ideale aufgegeben, um einem korrupten Sinn nachzudienen. Jeder Jedi ist zu einem Sklaven der Republik geworden. Der Jedi-Orden ist schwach. Und wir werden helfen, ihn zu zerschlagen. Hack dem Jedi seinen Platz. Sieht ganz so aus, als müsste ich euch schon wieder retten, alter Mann. Ich wusste, du hast einen Plan B. Beweise mir, dass du ein Mann bist. Schwing diese Peitsche oder stirb an seiner Stelle. Das sind ja lausige Optionen. Ihr lasst mir keine Wahl, Kohalz. Wachen! Überwältigt sie! Esoka, die Königin! Sieht aus, als sei euer Imperium am Ende. Schon wieder. Nimm das Ding aus meinem Gesicht, du kleine Kröte. Ah! 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 Solch eine Entschlossenheit. Solch eine Entschlossenheit.